Eine der großen Spezialitäten von ganz Frau Schwaben ja die kurzen Lieder. Kaum hatten sie begonnen, waren es ja schon wieder zu Ende. Und das ist ja das Wesen von kurzen Lieder. Aha, ja. Tammy. Okay, wie ging das nochmal? Ich glaube, ich gebe einen vor. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Hörst du die U-Bahn? Sie kommt auf und zu. Tammy, Tammy, was machen wir nun? Kamele? Ein Lied, das die Gefahren des Rauchens preist. Achtung! Pack die Kämmelpackung ein, nimm dein kleines Schwesterlein, und dann gehen wir heimlich rauchen. Gelbe Finger, rauer Hals, wenn's die Mami sieht, dann knallst. Komm, wir ziehen jetzt einen durch. Welche von den Rock'n'Roll-Versionen war die beste? Rock'n'Roll ist toll, meine ich. Welche von den Rock'n'Roll-Versionen, welche von den Rock'n'Roll ist toll-Versionen war denn die beste? Genau, es gab nämlich noch das Ende des Rock'n'Roll. Aber Rock'n'Roll ist toll, war ja das Kurze. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde schwanken zwischen der 96er Foto-Roll-Version und der 93er Theaterhaus-Version, ehrlich gesagt. Wir haben nur die 96er Foto-Roll-Version auf Band, aber aus 92 dann wieder, die müsste man dagegen haben. Es gibt eine gewisse Entwicklung. Das können wir ja machen. Können wir machen, genau. Rock'n'Roll ist toll! Das war's auch schon, Dankeschön! Rock'n'Roll ist toll! Ja, das war das Lied. Rock'n'Roll ist toll! Danke! Danke! Ja, ein Riesenapplaus für Gerhard Hauser, der dieses Lied geschrieben hat! Okay. Blues hat Hand und Fuß. Blues hat Hand und Fuß! Yeah! All right! Das war ja nicht alles schlecht in diesen Tagen, wir hatten auch schöne Momente. Auf der Ripperbahn um 0.30 Uhr, ob du Mäbel hast oder was weiß ich und Schluss. Aber wir bleiben in Europa und gehen nach Paris nach Österreich. Österreich, Österreich, Österreich. Grüß Gott, komm Ärzte dran. Immer noch in der Partei? Ja, die Sissi. Ja, küsse mal. Ja, küsse mal. Ja, singen wir mal. Singen wir mal, singen wir mal. Wie geht denn der Text? Ein A. Jetzt singen wir mal. Wien, Wien, du nur allein. Du sollst die Hauptstadt von Österreich sein. Graf, grafst du nicht. Ja. Es ist vorbei. Schade. Aber irgendwie auch nicht. Ich singe jetzt etwas, was niemand versteht. Nee, ich singe jetzt. Etwas, was niemand verstand, so halte doch endlich den Rahn. Also, auf der Alm, da gibt's kein Salm, und in Schwäbisch Gmünd gibt's auch kein Salm. Also, ich würde heute alles ganz anders machen. Ich singe vor, ihr singt nach, klar. Das ist einfach. Alle, alle sind schon da. Alle, alle, alle. Danke. Hier! Und Tschüss! Vielen Dank!